Hat Daniela Katzenberger, 32, inzwischen tatsächlich die perfekte Ernährungs- und Fitnessbalance gefunden? Wie eingefleischte Katzenfans wissen, trägt die Mutter einer Tochter schon seit Jahren einen Kilo-Kampf mit sich aus. Mittlerweile scheint die Reality Lady aber eine ganz gute Strategie entdeckt zu haben. Zwar gönnt sie sich ab und zu mal eine Schlämmerei, auf der anderen Seite zwingt sie sich aber auch regelmäßig ins Fitnessstudio. Das stolze Ergebnis der Sportschufterei präsentiert Dani jetzt auch im Netz. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Frau von Lucas Cordales, 51, zwei Bilder ihrer Sexy-Klär-Seite, inklusive Blick auf ihren wohlgeformten Po. Um nochmal auf das Unübersehbare hinzuweisen, unterlegt sie die Schnappschüsse auch noch musikalisch, mit dem Hit Bubble Bud von Major Lazer. Scheint ganz so, als sei die Kult-Blondine mächtig stolz auf ihren Trainingserfolg. Reinreden lassen will sich Dani aber wohl nicht. Immerhin postet sie eines der heißen Fotos auch in ihrem Feed, entschließt sich aber dazu, die Kommentarfunktion zu deaktivieren. Wie die Erfahrung zeigt, scheint es beinahe egal, was die Katze ins Netz stellt, einige Hater verstecken sich immer unter den Kommentatoren, und auf die hatte sie diesmal wohl einfach keine Lust. Outro .